Diese Fotos sorgten am 31. Januar weltweit für Schlagzeilen, Rihannis zeigt ihren Babybauch, ganz lässig machte die 33-Jährige so publik, dass sie und ihre Freund Adola Rappi Rocky, 33, ein Kind erwarten. Der Mann, der die schon jetzt legendären Babykugelbilder geknipst hat, ist ein Promi-Fotograf, dem Rihanna vertraut. Miles Dix, genannt Dixie, verrät, wie die coolen Fotos entstanden sind, unglaublicher Moment, für den Fotografen, seit 2012 hat Miles Dix, der sich einen Namen als Paparazzi gemacht hat, tausende von Fotos von Rihanna geschossen, wie er im Interview mit Hollywood Live verrät. Über die Jahre sei ein Vertrauensverhältnis entstanden. Deshalb war er auch ihre erste Wahl. Als es darum ging, ihren Babybauch an einem eiskalten Tag in Harlem erstmals in Szene zu setzen. Für Dixie nach eigenen Angaben ein unglaublicher Moment, ich meine, das war eine der größten Nachrichtenmeldungen der Woche. Der Ort des Shootings war dabei kein Zufall. Adola Rappi stammt aus Harlem, deswegen war die Location eine Anspielung auf seine Wurzeln, so der Fotograf. Er ist in Harlem geboren und aufgewachsen, und es war definitiv eine Homage daran, weil es an dem Tag so bitterkalt war, musste alles ganz schnell gehen. Die tollen Fotos waren in nur 30 Sekunden im Kasten, verrät Miles Dix. Wir wollten sicherstellen, dass ihr Rihanna, Anmerkung D, Red, warm ist, vor allem. Weil sie ja ihre nackte Haut gezeigt hat, die, wortwörtlich coolen, Fotos zeigen wir im Video unten. Rihannes und Adola Rappis Liebe war beim Shooting, offensichtlich. Dixie gerät ins Schwärmen, wenn er von der Chemie zwischen Rihanna und Adola Rappi spricht. Die Vibes, die bei mir angekommen sind, waren einfach unglaublich. Die Liebe zwischen ihnen ist ganz offensichtlich, und das möchte man ja auch sehen, vielleicht darf Miles Dix ja auch die ersten Fotos des Babys schießen. Aber dann bitte nicht draußen in der Kälte.